Ah, okay, ich kann schon was machen, äh... Schaltkraut, was ist denn Schaltkraut? Okay, das sind die Viecher... Vier von sechs, da ist noch einer... Da muss noch einer sein... Irgendwo... Ach, diese kleinen gelben Dinger sind das... Schaltkraut, okay... Das ist auch ein Ding! So... Ich hoffe noch, eins fehlt uns noch... Von den 4 zu 1! Äh... Klick, 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 klick... Einfach alles in der Welt anklicken... Hey, ich wollte weiter gucken... Wieso? Hä? Wo ist denn das? Ich klick ja alles gelbe an, aber es funktioniert einfach nicht... Ach, da sind wir unsere Abbildung bei... Äh... Ich stepp... Sehe ich natürlich das jetzt... Ja... Kann ich auch nichts weg machen oder so? Ich sehe es einfach nicht... Äh... Natürlich... Hä? Okay... Heilkräuter... Ah, okay... Dann... Hau ich die Heilkräuter wahrscheinlich jetzt hier drauf... Klopp, 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 klopp... Kriege ich die Heilkräuter... Sollte ich vielleicht die Heilkräuter mit dem Verband machen... Ne... Ich möchte jetzt die Heilkräuter erst da draufballern... Nicht vor die Wunde gar nichts... Aber... Dann nimm den Schwamm... Der Schwamm ist trocken... Ach, guck mal... Dann ist das schon... Hier... Ist das... Ein Teil von viel... Okay... Cool... Äh... So... Hier... Schwamm... Weißt du, die Wunde hier fallen oder so gar nicht... Oh, oh... Er lebt ja noch... Oh... Ist ganz böse aus... Im Snout abgeschürft... Und... Alter... Sieht das scheiß aus... Vor allem... Er schwitzt noch da durch... Hehehe... He's... He's upstairs... Alles klar... Der sagt... Das ist der... Dunk... Das ist der böse Schwan... Der hat das gleiche Amulett an... Und wir helfen dem auch noch... Weißt du? So... Ja, hier... Na, klasse... Mithilfe der Pfeiltasten kannst du das Rad drehen... Ganzes Bild auftecken... Das ist... Ah, okay... Ich wollte schon fragen... Was war jetzt der Haken an der Sache... Achso... Okay... So... Mal so... Hä... Aber scheiße... Boah... Ne... Das ist der Rätselhaste... Ne... Geht auch nicht gut... Ach... Come on... Was... Könnt ihr nicht einfach mal... Normale Türen euch kaufen... Leute... Das ist ja furchtbar... Nein... Das war ein zu viel Scheiße... So... Bei hoffentlich seid ihr dieselbe Scheiße... Ne... Bei hoffentlich sind die... Ne... 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 Ich bin gerade echt zu dumm dafür, glaube ich. Ich dreh einfach mal ein bisschen. So, jetzt versuchen wir einfach mal so. Den, dann machen wir mal den. Den, dann machen wir mal drei nach vorne. Wenn ich jetzt hier drei nach vorne mache, habe ich wieder den nach vorne. Wenn ich den mache, und dann den mache, und dann den mache, habe ich gerade voll falsch gedacht, nice. So, dann machen wir den mal, so. Ich will jetzt nach vorne gehen. Kann das jetzt vielleicht passen? Ja, es passt endlich, hurra, ich habe es geschafft. Puh, so, mein Gott. Wir müssen jetzt natürlich den Bären in den Zahn reinfügen. Das ist doch, das ist doch nicht wahr. Und einen Zahn, nice. Dann kommen wir hier in den Zahn reinhauen. Dann können wir das Teil. So, was haben wir hier? Ein Messer. Achso, ich muss die Dinger sammeln, okay. Ein Hammer. Was ist denn hier ein Hammer? Kann ich mir das vielleicht benutzen? Okay, ich muss das Messer also echt benutzen. So kann ich vielleicht einen Brief damit. Ah. Jetzt kriege ich da raus. Da kriege ich das raus. Das kommt wahrscheinlich da rein. Ah, guck mal. Kriege ich einen Hammer und ein Schmetterling. Ich komme da rein. Dann kloppe ich das da kaputt. Das kriege ich ja wirklich, lol. Dann mache ich das. Dann kriege ich da noch ein Insekt raus. Das pflanze ich hier rein. Dann kriege ich ein Drachenauge. Das Drachenauge setze ich den Drachen ein. Der gibt mir Fischfutter. Mehr soll ich da gar nicht machen. Okay, gut. Er ist weg. Ja. Hab ich doch gesagt. Erstmal die goldenen Feder nehmen. Das hab ich gesagt. Erstmal Fischchen füttern. Hier. Der Fisch ist dir nah. Aber jetzt die will ich nicht fangen. Den Handschuh. Den Hemden. Wir haben ja unseren Köcher. Haben wir ja weggetan. Okay, dann müssen wir dem den Fisch geben. Wow. Wir holen jetzt hier ein Netz dort. Warum haben wir denn alles weggeschmissen, was wir besatzen haben? Weißt du? Ist doch dumm. Wir haben ja das Ding auch noch, ne? Stimmt. Ich verstehe jetzt hier ansetzen, ne? Ich verstehe. Wann soll ich das Rätsel denn mal lösen, frage ich mich. So, äh. Oh, hier kommen wir ja von da. Da kommen wir zu der Hütte wieder, ne? Ja. Äh, hier, dich müssen wir noch fangen, ne? Hier, wir müssen die Spuren einsetzen. Geht auch nicht. Klopfen auch nicht. Was soll ich machen, Spur? Sag's mir. Ich solle da hin. Ich solle da hin. Und jetzt? Ich solle ich hier da hin. Und jetzt? Ja, ich solle den Fisch fangen, aber. Wie? Ach. Mit dem Atter natürlich. Oh, du gefällst mir, was du sehr gut. Äh, ich hier blieb. Okay. Ciao, Otto. So, hier kriegst du den Fisch. Aber wo ist... Natürlich, dieser Typ ist einfach ein Gourmet, weißt du? So. Danke. Der Troll, der Gourmet ist, weißt du? Okay, und jetzt? Wie soll ich jetzt da rüberkommen, ist die Frage? Ich kann nicht auf die andere Seite springen. Jetzt fehlt es weiter. Ich muss einen anderen Weg geben. Ja, warum haben wir jetzt den Troll dann weggemacht? Ach, wo ist das? Wie er da hängt! Wie er einfach da hängt. Fehler, Fehler, Fehler. Was soll ich mit Fehlermachen? Äh, Knochen, Eilen, Handwerk. Rote Feder, rote Feder. Da, rote. Ha, rote Feder. Handabdruck. Da sind ganz viele Handabdrücke. Eidechsen. Ein, die hatten wir schon. Eins, zwei, drei. Hm, blub, blub, blub. Was soll man noch? Einen Knochen. Das ist ein Knochen. Nicht, das soll man Messer. Eine Angel soll man auch kriegen. Okay. Was ist das? Das ist ein Knochen. Eine Fahne, da. Eine Flasche. Das ist eine Flasche, würde ich sagen. Einen Ball, ein Rad und ein Seil. Einen Seil haben wir hier. Einen Ball haben wir da. Einen Rad haben wir da. Und wir kriegen einen Seil. Können wir das Seil jetzt hier benutzen. Ich war noch nie ein Drahtseilkünstler. Ich brauche eine richtige Brücke. Alter, ey. Glaube ich jetzt nicht. Was ist hier? Was steht da? Vorsicht. Trosse? Ich kann es gar nicht schließen. Äh, äh, weg. Mach doch mal weg. So, äh. Komm wieder, Alter, da chillt. Na, Alter, hast du das für Spaß? So, hier. Hä? Hä? Ich hätte runde Dinger und daraus werden... Ja, ich verstehe. Dreh an den Spulen, um das Gesamtbild aufzudecken. In welchen Spulen? Wo sind denn hier Spulen? So, ich muss auf die richtige Höhe kommen. Wahrscheinlich, so. 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 Ach, das reicht Ihnen ja nicht. Achso, ich muss weiter höher, okay. Ist das aber gar nicht mehr mal einer. Nee. Jetzt weiß ich nicht, weiß ich... Ja, genau ist das. Ist das so weit? Ist das so weit hoch? Ist noch höher. Ich krieg das schon ins Spiel, keine Sorge. Ah, geht doch endlich. Ach, nö. Oh, nö. Das ist doch noch... Fick doch die Henne. Hä? Bist du mich verarschen? Stimmt das? Alter, das ist das schlimmste Rätsel, was ich je gesehen habe. Warum passt das? Weil das nicht genau passt. Hä? Achso, ich muss den da hin. Jetzt habe ich auch den hier verschoben. So ein Fack. Du bist genau richtig. Du bist auch genau richtig. So, dich... Schiebe ich mal so hin. Schiebe ich mal so hin. Aber jetzt passt der dann wieder nicht. Dammit. Mach ich mal so. Ah, endlich. Ich kriege jetzt noch ein grünes Hemdchen. Und du lass das... Es ist immer noch nicht. Schiebe ich mal so hin. Bis zum nächsten Mal.